Das war schon sehr faszinierend. Träger finde ich attraktiv. Sehr abwechslungsreich, sehr informativ. Der Hammer. Träger ist ein innovatives und offenes Unternehmen. So werden aus Bewerbern Fans. Der Träger Carrier Day ist für uns eine ganz große Chance, Studenten zu uns ins Hause einzuladen. Wir hoffen, dass wir Studenten auch für uns begeistern können, dafür, dass wir Technik für das Leben machen. Wir würden uns einfach freuen, wenn die Studenten auch einen richtig guten Einblick in das Unternehmen bekommen, Kontakte knüpfen können zu Trägern, Mitarbeitern und einfach auch ein bisschen Spaß hier haben. Am Ende freuen wir uns natürlich, wenn möglichst viele dieser Studenten bei uns auch anfangen, für ein Praktikum, eine Abschlussarbeit oder den Direkteinstieg. Musik Musik Bis zum nächsten Mal. Was ist ein Unternehmen für Dräger, das Technik für das Leben macht, das sehr kundenorientiert ist, das auf Innovation setzt, braucht junge Leute und braucht studentischen Nachwuchs, der so gut ausgebildet ist. Das ist die Basis für unsere Zukunft. Sie können bei Dräger erwarten, dass das eine sehr erfüllende Aufgabe ist, weil Technik für das Leben sicherlich nicht nur einen moralischen Anspruch hat, sondern einen sehr wichtigen, für das Wichtigste, was wir alle haben, nämlich das Leben. Sie können erwarten, dass Sie offen aufgenommen werden und Sie können erwarten, dass das Unternehmen Sie fördert, aus der Position heraus, in der Sie kommen, nämlich mit einem so tiefen wissenschaftlichen Wissen und dass Sie gefördert werden in neue Aufgaben hinein. Musik Ich würde gerne hier meine Abschlussarbeit schreiben, ein Praktikum machen und natürlich auch eine Einstiegsmöglichkeit hier offen halten. Ich denke auch gerade, dass man hier viele Möglichkeiten bekommt, ins Ausland zu gehen zum Beispiel, auch was ja, denke ich, gerade wenn man noch jung ist, interessant ist auch auszuprobieren. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ich in Zukunft irgendwie hier ein Praktikum mache in dem Bereich oder dann auch später hier arbeite, weil mir das Ganze, wie die Leute miteinander umgehen, das gefällt mir auch sehr gut. Ich finde, die Firma macht sehr viel für die Arbeitnehmer. Die Themenbereiche Menschlichkeit bzw. Mitarbeiter werden hier mal ganz neu definiert. Musik 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 Amen.